Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Rayman Origins. Ja, ein Klassiker. Total gerne gespielt und ich dachte mir, komm, den nehmen wir mit. Ich würde sagen, wir fangen an. So. Neues Spiel und ja, rein da, ne? Neues Spiel und ja, rein da, ne? Neues Spiel und ja, rein da, ne? Ja, die fiesen, lauten Nachbarn. Ja, rein da, ne? Ja, rein da, ne? Ja, rein da, rein da, rein da! Hahaha! 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 Was ist das? Ja, ich würde sagen, äh, ne? Läuft! So, hab das noch ein bisschen angepasst von der Lautstärke. Und dann gucken wir mal, was wir hier so reißen können. Juhu, Raymond! Hey! Aha! Gehen wir mal hier hin. Ja, in Raymond Legends geht es um Musik. Man hört es. Okay, da können wir also noch nichts machen. Also es geht um schöne Musik, wie man hört. Ich nehme das Mikro noch was höher. Moment. So, dann versteht ihr mich auch besser. Äh, ich muss aber den Optionen noch ein bisschen was machen. Moment, die Musik... Ja, die würde ich gerne ein bisschen runternehmen, die Musik-Lautstärke. Dankeschön. Und zwar so. So, machen wir mal. Gucken. Ja, so ist das okay. Auf geht's. Zurück zur Lichtung. Der schnarchende Baum. Dichtendes Dickicht. Ja, dichtendes Dickicht. Gehen wir mal rein, ne? Oder? Ja, ne? Der reizt zur Urwald. So, dann kann ich das da noch was lauter machen. Sonst, äh, ist das einfach vom Sound her, vom Verhältnis her, ist das dann blöd. Lass mich raus! Äh, oh, 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 oh. Okay. Ich will aber oben hin. Ganz viele Lumps. Okay, hier können wir nichts holen. Ich weiß gar nicht, äh, geht's wirklich um Musik? Nee, gar nicht, ne? In Origins. Ich glaube, in Legends ging es eher um Musik. Jetzt bin ich geplatzt. Ja. Begeistert. Ist aber doch ein bisschen laut. Also, wir nehmen die Effekt-Lautstärke auch noch ein bisschen runter. Nicht zu sehr. So. Haut es mir nämlich die Ohren weg. Und euch auch. Komm her, du Sau! Jetzt kommen wir an den Lumpen da nicht mehr heran, ne? Na ja, irgendwie geht's schon um Musik! Was war das? Ja. Ja. So, lass sie raus! Bravo! Uuuu. Sexy! Uiuiuiuiuiuiuiui! Äh. Yay! Ah! Ach, jetzt schlage ich dem armen Kerl die Zähne aus, ne? Das ist aber nicht nett. Komm her, komm her! Und aufs Auge. Und weiter geht's. Dam, dam. Also die Soundtracks sind Hammer, ne? Hahaha, cool. Ja, ganz klar, also Lumps sammeln, die brauchen wir später. So, du Hexto. Ah, Plattform. Wie komm ich jetzt da ran? Okay, machen wir's mal so. Ich glaube ja nicht, dass das so gewollt war, aber okay. Bo-di-po. Nein! Oh, jetzt aber nicht ganz von Anfang, oder? Nee. Aber da ist noch irgendwas. Was? Ah. Ah, so wird ein Schuh raus. Okay. Yay! Chaka! Läuft doch gut, oder nicht? Hahaha. Ja. Weiter, weiter, weiter. Oh, komm, den goldenen da oben auch noch die Medaille. Kommt schon, kommt schon, kommt schon. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja, geil. Doch, da geht's um Musik. Doch, 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 doch. Irgendwie, irgendwie schon. So, weiter geht's. Nächstes Level. Fulminante Fontäne. Aia. Oh, erzähl mal. Habe ich festgestellt, ja. Boah, geil. Ja, und wie komm ich jetzt an die ran? Ah, so. Ah, so. Ah, so. Ah, so. Ich will aber die Münze. Aha. Ah. Und wieder voll aufs Auge. Nein, nein. Ah, Mist. Ah. Ey, lass das mal sein, Kollege. Mir willst du keinen Ärger. Oh. Ist da unten noch was? Ne, ist nichts mehr, ne? Nö. Moment. Uuuu. Geheimgang. Uuuu. Oh, oh, oh. 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 Ja, Mann. Yeee. Check your booty. Das macht schon Bock, ne? Ja, wir gucken mal, wie Raymond so anläuft. Könnt dann ruhig mal so in die Kommentare schreiben, wie euch Raymond gefällt oder ob ihr Raymond schon gespielt habt. Welche Teile von Raymond gibt ja noch genug. Raymond 1, 2 und... Shit, ey, jetzt komm ich da nicht mehr hin. Ah. 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 Und wir nehmen alles mit, was wir mitnehmen können. Ah, guck mal. Geheim versteckt. Ja, ja, wieder was entdeckt. Halt, äh. Achso, R, ja, um zu sporten, natürlich. Nein, 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 warum mach ich das denn? Mann. Er war jetzt selten dämlich, oder? Ah. 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 Und ran da. Ah, weiter geht's. Ah, ja. Raymond. Raymond, schön, schön, schön. So, das ist auch mal ein Letztes für die Jüngeren. Ich weiß, ich mach sonst so Simulationen. Und wir hatten auch schon Battlefield und sowas. Aber Raymond ist jetzt mal was, was ich cool find. Und wieder voll aufs Auge. Wie komm ich denn da dran? Ha, so komm ich da dran. Neein. So, wertvolle Lums verloren. Hä? Ah, ja gut. Probieren wir es nochmal. Ja, aber da trau ich mich. Ach so. Ha, ha, ha. Nein, nein. Ah, Gott. Da hätte ich schneller sein müssen. Ah, ja, ich weiß, 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 ich Oh, geschafft. Komm, du hast auch noch ein bisschen was. So. Muuuuh. Ah, jetzt geht das hier wieder los. Ja, ich komm ja. Geht nicht so ganz. Hallo, Rayman. Aha. Ich muss mich da noch so ein bisschen dran gewöhnen, steuerungstechnisch, äh. So, haben wir es jetzt geschafft? 267. Oh, nee, haben wir nicht geschafft. M-m. Nee. Nee, nee, nee. Auf die 300 kommen wir nicht. Ach, schade. Ja. Ja, okay. Müssen wir mit leben. Zurück zur Lichtung der Träume. So, machen wir noch einen, ja? Ja, machen wir noch einen. Neue Figur im schnarschenden Baum. Ah, ha, 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 ha. Oh, als blauer Rayman, auch cool, ne? Ja, ja, dem muss ich Zähne zurückbringen. Ich weiß. Ja, ich würde sagen, das war die, äh, erste Folge Let's Play Rayman. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge mit dem blauen Bis dann.